Die Sonnenstrahlen Die Sonnenstrahlen, das kommt wohl davon, weil es hier so lebendig wirkt. Das ist eigentlich ganz passend, denn wenn der Wald das Leben darstellt, dann wird ein Blatt der Lauf des Lebens sein. Es wächst, lässt sich fallen und dann gibt es ein ganz großes Hin und Her, bis es sein Ziel erreicht hat. Du hast ja Fantasien, aber obwohl, so gesehen könnte das Blatt ja die eigene Seele repräsentieren, so zerbrechlich wie die ja von manchen ist. Komm schon, kannst du wenigstens einmal ernst bleiben, ohne einen sarkastischen Kommentar von dir zu geben. Außerdem halten Blätter viel mehr aus, als du denkst. Da kannst du so oft draufsteigen, wie du willst. Blätter getreten werden die dadurch nicht. Hey, wer hat gesagt, dass man eine Seele mit Füßen treten sollte, um ihre Belastbarkeit zu testen? Was genau willst du damit sagen, liebe Tanea? Also wenn du weiter solchen Unsinn von dir gibst, dann renne ich los. Ach, ein Wettrennen. Bin dabei. Hm, so in der Art. Wetten, du schaffst es nicht, mich zu fangen? Ha, bei dir doch locker. Siehst du? Hättest du auf mich gehört und hättest ein bisschen trainiert, dann wärst du jetzt viel besser dran. Ja, sehr witzig. Als ob ich gegen eine Gewinnerin der letzten Schulmeisterschaft im 200 Meter Lauf etwas entgegenzusetzen hätte. Ja, wenn du länger so dahin trädelst, wirst du mich nicht gefangen haben, wenn ich schon das nationale Wettrennen geschafft habe. Tanea? Wo bist du? Ach, wieder einmal typisch Tanea. Du wirst nicht glauben, wo ich mich versteckt habe. Wenn du mich finden möchtest, musst du schon weiterrennen, sonst verlierst du mich noch. Hwa! Ha, diesmal kriege ich dich. Das werden wir ja noch sehen. Ich bin dann mal weg. Full of Pros.